Ich bin aktuell Champion 3 in Rocket League und spiele seit 8 Jahren Rocket League und habe jetzt erst mein allererstes Flip-Reset-Tor gemacht, worauf ich sehr stolz bin und das obwohl ich schon seit 8 Jahren Rocket League spiele. Das Ganze war direkt nach dem Kick-Off und ich habe das sogar einfach mit einem Merc gemacht, so hätte ich niemals gedacht, dass ich mein erstes Flip-Reset-Tor mit dem Merc mache, aber hier, bam, Flip-Reset über beide rüber und einfach das Tor. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon mal ein Flip-Reset-Tor gemacht habt, würde mich interessieren und mach jetzt das Plus weg oder abonniere für mehr.